Hi, ich bin's wieder, eure Pamela Priscilla, kurz PP, und ihr seid auf meinem InstaTube Fitness Channel. Und heute werde ich euch was zeigen, nämlich, wie man zwei meiner Lieblingssachen miteinander kombiniert. Und das sind Fitness und Beauty. Also, macht euch fertig! Und nicht vergessen, Hashtag PP, Hashtag Like, Hashtag Comment, Hashtag Institute Fitness. Und natürlich gibt es auch einen Code, dann könnt ihr das alles auch bestellen. Als erstes auswählen des Nagellacks. Dann Schuhe ausziehen. Schuhe ausziehen. Jetzt anspannen, Nagellackflasche aufmachen und down. Und, äh, nee, andersrum. Down und up und down und up und down und up und down und up und down und up. Und wenn ihr die Übung macht, dann kommt ihr einen so wunderschönsachen bei uns wie ich. Und nach der Übung habt ihr eine genauso schöne Maniküre wie ich. Musik 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017